I love the way that you are. Das Browser Ballett präsentiert die schlechtesten Dating Shows der Welt. Who would have the prettiest Baby? Tom und Isa, ob ihr zusammenbleiben dürft, hängt davon ab, wie hübsch euer Baby ist. Und jetzt ist der Moment gekommen. Hier ist euer Baby! Ah, ist das hässlich! Pimp my wife. This is your pimped wife. Wir haben drei Bildschirme, Chromfelden und ein Aquarium verbaut. Aber das ist noch nicht alles. Unterbodenbeleuchtung! Ich lass mich scheiden. Temptation Highland. Kannst du der Versuchung widerstehen? Isa, möchtest du jetzt deinen Schwarm treffen? Ja! Nein! Jesus liebt dich! Du brauchst nur Gott! Ahhhh! Love is blind and deaf. Werden sich diese Singles verlieben, ohne sich jemals gesehen und gehört zu haben? Date your mom. Da ist sie. Mama? Was soll ich denn machen, wenn du mich nie so reproofst? Love yourself! Bevor man jemand anderen liebt, muss man sich selbst lieben. Deshalb liebe Isa, hier dein Date! Ahhhh! Isa! Isa! Lach is Lach! Ey! Wir sind gar keine Dating-Sendung! Du! Ich glaube ich fühl's nicht! Ja, das kann klappen zwischen uns! Aromantiker Dating. Aromantiker Dating. Ja, lieber Tom, liebe Isa, jetzt ist es soweit. Habt ihr euch voll... Nö. Nö. Ich auch nicht. Ähm, döööö. Love Reveal. Tja, lieber Tom, glaubst du wirklich, dass du potenzielle Partnerinnen nur an ihren Füßen erkennen kannst? Ja, du. Ich würde schon gern etwas mehr sehen, Woll. Ich sagte nur die Füße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017